Der Studiengang Erneuerbare Energien bietet attraktive Perspektiven nach dem Bachelorabschluss. Sie haben nach dem erfolgreichen Abschluss Ihres Studiums eine Vielzahl an Möglichkeiten. Zum einen können Sie am Umweltcampus ein Masterstudium aufnehmen. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an Ingenieurs- oder Betriebswirtschafts-Masterstudiengängen an. Auch können Sie nach Ihrem Bachelorstudium an einer Universität oder Hochschule in Deutschland oder im Ausland Ihr Masterstudium beginnen. Des Weiteren können Sie mit Ihrem Bachelorabschluss in das Berufsleben einsteigen. Die Berufsfelder von Wirtschaftsingenieurinnen und Wirtschaftsingenieuren sind durch die breite Ausbildung zum Einsatz regenerativer Energiesysteme sowie zur effizienten Energienutzung aus technischer, wirtschaftlicher und juristischer Sicht vielseitig. Nach erfolgreichem Abschluss Ihres Bachelorstudiums bieten sich Ihnen vielfältige Möglichkeiten. Ihr späteres Tätigkeitsfeld kann sowohl in Forschung und Entwicklung als auch in der Planung, der Umsetzung sowie dem Betrieb von regenerativen Energieanlagen liegen. Des Weiteren werden Sie sich in allen Unternehmensbereichen mit Fragen rund um die Optimierung bei der Energienutzung sowie der Identifikation von Einsparpotenzialen beschäftigen. Hierzu sind ein fundiertes technisches, aber auch betriebswirtschaftliches und juristisches Grundverständnis der Energieerzeugung und des Energieverbrauchs unabdingbar. Für Sie bestehen in den folgenden typischen Beschäftigungsfeldern sehr gute Berufsaussichten. In Ingenieurbüros zur Planung, Beratung, Umsetzung, in Industrieunternehmen zur Potenzialanalyse, zum Energiemanagement und zur Energieeinkauf, bei öffentlichen Einrichtungen oder kommunalen Betrieben, bei Energiedienstleistern wie Stadtwerken oder anderen Energieversorgern, im Bereich Consulting und bei Herstellern von technischen Anlagen. Die Bruttoeinstiegsgehälter für Absolventinnen und Absolventen eines Bachelor-Ingenieur-Studiengangs betragen im Mittel rund 43.000 Euro pro Jahr. Mit einigen Jahren Berufserfahrung können die Jahresgehälter abhängig von der Branche und der Unternehmensgröße auf 50.000 bis 75.000 Euro ansteigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017